Entschuldigung, wir machen eine Umfrage zum Thema Erotik. Erzählen Sie mir doch mal, wie war das in Ihrer Zeit? Nun? Ich weiß nicht genau, was Sie meinen, junger Mann. Na, Erotik, Fantasie, Leidenschaft, Hingabe, das körperliche Bewusstsein um einen anderen Menschen ineinander verschmelzen, Urtriebe wecken und, verzeihen Sie mir den Ausdruck, begatten. Ach, jetzt weiß ich, was Sie meinen, junger Mann. Puppen, ficken, Nageln, Rohr verlegen, ein bisschen einkaufen. Genau. So, hier haben wir einen Mann der Kirche, Entschuldigung, wir machen eine Umfrage zum Thema Erotik. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Erotik? Warum fragen Sie da ausgerechnet mich? Herr, gib mir Kraft, denn langsam platzt mir die Hutschnur. Für euch Medienmenschen sind wir Priester doch direkt homosexuell oder wir spielen den ganzen Tag an uns herum oder wir haben ein Verhältnis mit unserer Haushälterin. Können Sie sich eigentlich nicht vorstellen, dass ein Priester einfach nur so lebt, ohne den ganzen Tag an Sex zu denken? Entschuldigung, darauf wollte ich nun wirklich nicht hinaus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Priester einfach nur so lebt. Du bereust also aufrichtig? Das gefällt mir, du warst aber auch ein böser und unanständiger Bube. Was hältst du davon? Wir gehen zu mir und ich vergebe dir ein paar Sünden? Nein, nein, danke. So, dann fragen wir mal hier. Entschuldigung, Stichwort Erotik. Was finden Sie denn persönlich erotisch? Ich persönlich, was finde ich? Das ist eine schwere Frage. Da muss ich erst mal nachdenken. Was finde ich aus? Bist du still jetzt? Er will nur spielen. Keine Angst. Was ich erotisch finde. Also, was mich, sagen wir mal, anmacht, sagt man ja, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist völlig normal. Ja, vielen Dank. Verstehe. Soll ich dir mal zeigen, was ich unter dem Mantel habe? Wahrscheinlich ein großes, dickes, langes Ding, das uns allen in Atem rauben wird, oder? Ja, nicht nur eins. Zurück zur Wochenshow. Ach du Scheiße. Väter, meine Damen und Herren, haben es oft nicht leicht. Gerade in den ersten Jahren gilt fast die ganze Liebe einer jungen Mutter ihrem Kind. Der Rest wird zwischen Gärtner und Postboten aufgeteilt. Das zumindest Kinder, die Liebe auch wert sind. Das sehen wir an Bibi Markus. Wenn ich erst mal groß bin, dann werde ich ein berühmter Discjockey in einer ganz großen Disco. Das wird eine ganz lustige Feier. Und weil ich so ein berühmter DJ bin, bringe ich auf jeden Fall meine eigene Anlage. Danke. 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 Entschuldigung, er muss gleich kommen. Den höchsten Berg habe ich erklommen. Um diese Zeit bist du verrückt. Ich habe Blümlein dir gepflückt und zu deinen Füßen lege ich sie. Ich habe eine Blumenallergie. Sag lieber, wie das Wetter ist. Ach, wie kommt es, dass du so spröde bist. Geliebte, willst du mich nicht mehr? Darüber reden wir nachher. Jetzt sei ein Netter und mach das Wetter. Gut, dir zuliebe will ich es nun tun. Im Osten ist es morgens kühl, im Westen wird es mittags schwül. Und hier gewittert ist und stürmt. Wer kann, der türmt. Das war's. Jetzt komme ich zu dir, mach dir den Hengst, den wilden Stier. Mach mir den Meteorologen. Ach, das ist zu öde, ungelogen. Wenn du nicht willst, dann mache ich es. Hier fehlt doch wirklich Wesentliches. Ach ja, komm ruhig zum Wesentlichen, ich bin auch schon da. Der Norden bringt uns Wetterleuchten. Als ob wir Wetterleuchten bräuchten. Im Süden gibt es Sonnenschein. Na fein. Und hier ist eine Hochdruckzone. Hör auf, mein Druck ist auch nicht ohne. Es wird so heiß wie in der Wüste. Ich denke nur an deine Büste. Das Barometer. Das hat Zeit, bis später. Denk doch auch mal an meine Triebe. Das war das Wetter. Kommen wir nun zuliebe. Ich denke, es würde sich nun schicken, mal richtig ordentlich zu poppen. Wann geht's?